Wer hat sich jetzt eigentlich alles schon zu unserem bayerischen Fünfkamm angemeldet? Ist der Bauhof jetzt schon dabei? Bauhof ist dabei, die haben sich angemeldet, ja. Hat sich eigentlich der Burschenverein schon angemeldet? Burschenverein, ja, die haben sich auch schon angemeldet, passt. Feuerwehr Parkstein. Äh, naa, naa, okay, tschüss. Hat sich immer wieder angemeldet? Nein, du wirst es nicht glauben, da hat jetzt ein Verein angerufen, und die haben gefragt, ob wir Dopingkontrollen machen. Hä? Wer hat denn da angerufen? Der Frauenbund. Aaaaaaah! Von D time an. Die Shallge ist未知. Die Frau ist aktuell aus meiner Güсть. Geh sei Scientist. Daher bin Shape Outside. Guck. Daher riliein. Das ist jetzt egal. so wie serait Pompeen? Vielen Dank.